so gemacht weil das gefragt hat ja übrigens ich will nur sagen wenn einer wiederbelebt wird hat das hat mir schon mal da wird die zeit wieder abgezogen also die 30 sekunden werden wieder weg genommen ich habe eine minute 30 extra bekommen obwohl wo dexido wieder geliebt hat und zwei tot waren aus demnächst nur 31 1 1 schon mal julian ja aber es war gerade so ich habe noch ein abdeck davon ach mein hund macht gerade mein kabel kaputt von meinem headset was wie eingesperrt der mag ich nicht okay ich war gerade eingesperrt hinter dir ich muss mich wegschubsen das so geil weil dann genau dann die dingzeit umgeht und du so tot bist Alter wer macht die ganze zeit das Störgeräusch das geht aber äh dexido ist ein Störgeräusch das macht den aus da bläst dir ja jemand ja endlich bläst du dich da hochgeben danke ich hab gefeiert aber die diskon ist bei mir du bist schon wieder mit einer püppel johm ey Julian komm mal kurz zu dem feuerdinger wo man jemanden feiern kann da war ich gerade feier ähm drück doch mal den knopf wenn ich sage ok habe ich jetzt gerade moment warte muss ich zurückziehen ja jetzt man die roter auf die liegt genau daneben ja ich hab's gerade gesehen ich wollte eigentlich die reihe aufwerfen ich häng fest und da hat er auch schon fack volles rauchkino auch hast du nicht oha hast du vielleicht noch irgendwelche granaten ich weiß nicht ob ich jetzt noch dahin gehen würde mit 13 AP ach doch ich kann Feuer hochschmeißen wahrscheinlich sterb ich dann ich sterb jetzt wahrscheinlich bei dem versuch da Feuer hochzuschmeißen weil ich die Klappe eh nicht aber ja warte ich sieh die Klappe aber nicht okay AHHHH Keine Ahnung was ich jetzt rausgeworfen hab Hilfe vielleicht ist da Feuer drin ich weiß es nicht ich hab noch Low-HP Julian ich kann sogar easy ich hab noch Low-HP Hilfe Hey da ist gar kein Feuer drin Julian Hey wo ist die ja jetzt explodiert an? Mach dich jetzt Hä? Hast du gut gemacht Julian Ich hab ja grad der Insta-Demü gebaut wo ist jetzt explodiert? Julian du drückst eigentlich auf wenn ich sag gell? Ja Warte warte wenn das weg ist Achtung Marco will die Joschi nicht machen uuuuuhhhhhh nichts nichts machen Joschi wir wollen so Oh Ups jetzt Ich glaub die ist ja neben oder so AAAAAAAH 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 Hey was ich hab nichts gemacht Da ist der Kurt Oha die beide die hochgeworfen habt Leute Du Spaß ich hab gar nichts gemacht du Wichser Ja Wie beide die hochgeworfen habt Leute Julian W-w-w-was Ja ich hab nichts gemacht Das ist jetzt ob-obbiest Julian Alter Ja das ist obbiest das weißt du H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h hini Da ist n zugemachter Raum Ist Julian down auch? Na Julian Na ja der' ist Ha behöver Na Da der' Joshi-iimme- Wer ist Rö behöver Was? Ich hab' mich wohl schreckt weil dass ihrreceivt workout ist Ja du hast ja Julian umgebracht wenn ihr für dich hören Die hab' ich nicht Ich habe noch vollش- Ich habe noch neаг volle sche师waffe Er ist gesprungen der bitch Der hat sich da katapultieren lassen oder? Ne humility anأنwydet ist raus und irgendjemand hat ihn getötet ich hab' aber niemanden gesehen Ich hatte Juli an Yoshi geschrieben, weil er gemeint hat, weil Yoshi hinter ihm war. Ich war in seiner Nähe zu der Zeit, aber ich habe nichts gemacht. Boah, aber fast jeder hat halt eine Pamp, das Beschissene. Marco schießt auf mich. Marco, wenn du jetzt noch einmal schießt, dann bist du tot. Ich habe dich doch niemals... Was war... Alles optimale! Was passiert? Was passiert? War es nicht... War es nicht vor live. Was gerade passiert, Alter? Okay, es ist sehr viel passiert anscheinend, Ficker. Ich bin tot, ich darf nicht reden. Ja, ah, fuck you, es interessiert mich das. Hi. Achso. Das ist Yoshi. Hi. Analysier den da hinten. Auf dem Dach, den du da gerade getötet hast. Wen? Auf dem Dach, den du da gerade getötet hast. Ja. Wir sind offen und ehrlich. Ja. Wir verstecken dich. Auf. Der erste Schuss, der wurde daneben. Wir haben keinen getötet. Übrigens... Ja, aber... Denkst du, du warst auf dem Dach hier, gell? Game hat dich mit einer Glocke getötet und... Dann war ich mir sicher, dass du es doch... Also ich habe... Ich dachte, du wärst, weil ich dachte, Game wäre da noch immer drin. Aber du warst ja trotzdem, weil... Ich schreie das und doch, ich stehe da erst mal so ungefähr... 20, 30 Sekunden vor meiner Recher und macht nichts. Das war so... Ja, ich wollte es nichts machen. Weißt du, ich habe erst mal sechs Schüsse für Julian gebraucht. Weil die ersten 5 daneben ging. Ja, mit der Glocke? Oder was? Ja. Ich habe die ersten 5 daneben geschossen. Sie hat aber noch 13 HP. Aber ein Dingenschuss zieht euch 13 HP ab, oder? Ach, das war eine schöne Runde. Geh mal, zieht einen Glocke Schuss 13 HP ab? Also ich habe dich nur einmal getroffen. Ach so geht dann ja. Ich dachte, du hättest mich nur einmal getroffen. Das sah so geil aus. Ich wollte erst sagen, nein, 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 ich schieße an dir vorbei. Und dann habe ich dich auszusehen getroffen. Ne, weißt du, ich habe halt gehört, dass du eine Schnellfeuerwaffe schießt. Und ich habe halt vergessen, was du spielst. Yoshi, hier ist eine Pump. Oh, ich habe eine Pump. Oh, ich habe eine Pump. Oh, gib die Yoshi. Okay. Bring die ihm. Ach so, bringen. Dann habe ich ja selbst keine Waffe. Der interessiert mich das. Dich nicht, aber mich. Warte, warte, ich will das mit dem Magnete Stigma ausprobieren. Mit dem Magnete Stigma ausprobieren. Sag mal, was ist das für ein Scheißdreck? Alter! Ja. Juhlian hat jetzt Yoshi getötet. Habe ich nicht. Oh, dann war es der Kido. Ja. Nächste, du halte. Neu. Nächste höre ich ein bisschen zu. Wuuu. Du, du kamst so, du, ich, ich weiß nicht. Ich bin so, 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 ich bin so. Ich bin so, 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 ich bin so. Oh, hallo. Ähm, du kamst so vom Himmel geflogen und dann auf einmal, ähm, warst du so da und tot. Oh, hallo. Ich kam vom Himmel geflogen. Danke, ganz führte. Äh, Yoshi... Äh, ich weiß absolut gar nichts, okay? Ja, ja, ist schon in Ordnung. Komm mal kurz durch auf das Dach. Ich hab... Wie viel HP hast du? Oh, hast du nur HP? Hä? Hey, wer hat den grappling holen? Weil ich gesprungen bin. Ich hab nenne Lösse. warum ist joshi nicht voll live weil er voranschaden bekommen hat da unten ist jemand gestorben eilig erst mal joshi oh ja äh also mir jetzt kann es nicht sein joshi warum hast du jetzt mal einen low ap da hinten da wie warum bist du jetzt nicht voll ap gewesen als er dich wiederbelebt hat angranate ich bin aber mehrmals reingewerr das ist das klug ja so die lassen wir mal da wo ist denn luka luka ist gleich unter der leiter luka sag mal wer dich getötet hat bitte sag mal wer dich getötet hat bitte ich bin ein gamer ich wiederbelebt fünf leute alter du bist so ein mongo ehrlich als mauer alter gamer wieso tötest du mich du hast mich getötet ich hab joshi getötet ich hab dich da gesehen mit der mp5 vor allem gamer wer hätte auffallen müssen dass dixie du ihn nicht getötet hast nachdem ihr identifiziert hast kam nämlich nicht confirmed the death of pepe da stand er nämlich nicht da stand nur found the body of dixie du nichts von pepe bedeutet er hat ihn nicht getötet und der leite stand auch nicht da war halt zum falschen zeitpunkt am falschen ort ja wir waren halt beide bei dir aber wusstest du auch nicht dass dich getötet hat also warte julia du hast mich getötet nein ich dachte er hat mich getötet das ist das ist wie letztens bei shilly weißt du im leuchtturm hey das war wirklich so ob wir es nix nur jaja ne wie ich sag ja nicht dass es falsch war jetzt jetzt ich weiß wie wisst ihr wer der schlechteste ist ich nur bespucht ja junge ich bin ich dachte der dite kann nur einmal wieder leben ne das hat mir schon mal der trette kann nur einmal wieder ach fuck weiße ich will blieb alle wieder das hat mir schon mal ich bin ich bin das hat mir äh du hast du schon mal auf der meinte nachgefragt woher kommt eigentlich zum teufel dass alle so viele punkte haben das haben wir nie weil sie hat immer einer minus vier credits bekommen ne aber das ist meistens so dass einer viele punkte hat und dann der nächste ist so fünf oder so ich hab null credits nachdem ich mir den defibrillator gekauft hat für euch und dann habe ich den blut getötet und dann habe ich vier credits bekommen also also wenn der detektiv in Shredder kriegt er ja noch extra bonus punkte keine ahnung warum ähm ja ich schicke mir das kombo ja warte ich muss mal kurz in der ecke stehen ja ja ich pass auf dich auf guter trock kann man nehmen mal ne jump gun ey die hat man lang nicht mehr was wir haben ne jump gun noch hä klamm wir auf ne jump gun drin Jürgen auf das ganz rote dach darfst du nicht gell ich weiß aber da war Deksi du vorhin drauf ja der darf aber nicht hoch haben wir mal auch direkt gesagt am Schluss der Runde ach so hab ich nicht gehört ich bin irgendwie top ja hallo ich beschütze euch hier ja passt schon ja passt schon diese Gamer ist cool hä? ne du bist cool hä? hä? da ist mir neu ich hab den a-scaner warum sind alle so still? wo sind denn alle hin? äh auf immer ne ich hab noch geschossen ich hab noch geschossen ich hab noch geschossen ja ich hab noch geschossen von normales shotgun von normales shotgun von normales shotgun das hört sich an der sub zu so'n ausländiger hast hey äh squeak lp ich werd schon quickel lp quickel lp ist es ach so äh 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 jetzt weiß ich woher äh ich schlafen Deksi du wurde von normales shotgun au das ist ein elektrozaun ja ja Deksi du wurde von normales shotgun getötet wundermales shotgun wundermales shotgun wundermales shotgun wundermales shotgun also squeak ist es jetzt oder wie? weiss wie se ja was squeaks ist es ja wenn ihr nicht zuhört habt ihr auch Pech squeaks ist es man ist es ihr habt ja nicht umsonst seinen Namen ich hab noch gehört ich ich weiß nicht Gamer 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 ich hab voll lang nichts mehr von Marco gehört Gamer Oh endlich Ich bin ja auch tot! Das war grad cool! Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Hä? Mit ner Jumpgang? Aber das war grad so cool! Du siehst so den... Du siehst so den Stuhl fliegen und du so... The fuck? Weißt du, ich hab nicht mal gewusst, dass Marco tot ist, bis er es gesagt hat. Wus ich auch nicht. Marco hat so lange nicht mehr geredet, ich hab's gar nicht gecheckt. Ich hab wenigstens nicht. Kann sein, dass Marco die letzten... Wurde Marco die letzten mehreren Runden... Die letzten mehreren Runden? Wurde Luca... Wurde... Wurde Marco zufällig die letzten Runden immer am Anfang getötet. Keine Ahnung. Yeah! Ja, deswegen... Deswegen hast du Krebs. Ich mag die Pam. Ich mach die Pam. Ich hab keinen Krebs, okay cool. Der Map ist die Pam grad mein bester Freund.